Eishockey-Star Johnny Gaudreau tödlich verunglückt. Tragischer Verlust im Eishockey. Johnny Gaudreau. Der Eishockey-Sport hat einen seiner besten Spieler in einem tragischen Unfall verloren. Johnny Gaudreau, bekannt für seine außergewöhnlichen Fähigkeiten auf dem Eis, ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Die Nachricht von seinem Tod hat die gesamte Sportgemeinde erschüttert und zahlreiche Fans, Mitspieler und prominente Persönlichkeiten dazu veranlasst, ihr Beileid und ihre Trauer auszudrücken. Laut ersten Berichten ereignete sich der Unfall in den frühen Morgenstunden des 30. August 2024, als Gaudreau auf dem Weg zu einer Wohltätigkeitsveranstaltung war. Die Umstände des Unfalls sind derzeit noch unklar, aber die Polizei hat eine Untersuchung eingeleitet. Augenzeugen berichteten, dass das Fahrzeug des Spielers mit einem anderen Auto kollidierte, wodurch es zu einem verheerenden Aufprall kam. Notfallmaßnahmen konnten nicht verhindern, dass Gaudreau seinen Verletzungen erlag. Johnny Gaudreau war nicht nur ein herausragender Spieler, sondern auch ein geschätzter Mensch. Seine Teamkollegen beschrieben ihn als einen positiven und inspirierenden Charakter, der immer ein Lächeln auf den Lippen hatte. Er spielte zuletzt für die Columbus Blue Jackets in der NHL, wo er in den vergangenen Jahren zu einem der führenden Spieler des Teams avancierte. Seine beeindruckenden Statistiken und sein unermüdlicher Einsatz haben ihn zu einem Fanliebling gemacht. In den sozialen Medien drückten viele seiner Mitspieler und Trainer ihre Trauer aus. Er soll als die Seele des Teams betrachtet worden sein und sein Verlust hinterlasse eine große Lücke. Ein ehemaliger Teamkollege erklärte, dass Gaudreau stets bereit war, anderen zu helfen und eine besondere Verbindung zu seinen Fans hatte. Dieser Text ist bereits auf Deutsch verfasst, hier ist er erneut. Diese Eigenschaften machten ihn nicht nur auf dem Eis, sondern auch außerhalb des Rings zu einer bewunderten Persönlichkeit. Die Eishockey-Liga hat in einer Stellungnahme ihr tiefes Bedauern über den Verlust von Gaudreau zum Ausdruck gebracht. Der Commissioner der NAL betonte, dass der Verlust eines solch talentierten Spielers und eines geschätzten Menschen eine Tragödie für die gesamte Sportgemeinschaft sei. Die Liga plane, Gaudreau's Vermächtnis in Form von speziellen Gedenkveranstaltungen und Ehrungen zu bewahren. Die Trauer um Gaudreau geht weit über die NAL hinaus, da auch viele Fans in Europa und Nordamerika ihre Anteilnahme bekunden. Fanclubs und Eishockey-Legenden haben sich zusammengetan, um ihm die letzte Ehre zu erweisen. Die Genossenschaft der Spieler erwägt zudem, eine Stiftung zu gründen, die im Namen von Gaudreau ins Leben gerufen werden soll, um junge Talente im Eishockey zu fördern und an seine hilfsbereite Art zu erinnern. Bei der Durchführung von Gedenkveranstaltungen und der Trauerbewältigung sind auch die Familie und engen Freunde von Johnny Gaudreau in den Mittelpunkt gerückt worden. Sie werden von vielen unterstützt, die sich in dieser schwierigen Zeit um sie kümmern und Beistand leisten möchten. Es scheint, als werde die Sportgemeinschaft enger zusammenrücken, um den Verlust dieses außergewöhnlichen Talents zu betrauern und seine Erinnerungen lebendig zu halten. Der frühe Tod von Johnny Gaudreau hat nicht nur seine Familie, sondern auch die gesamte Eishockey-Welt in Trauer gestürzt. Viele erinnern sich an die schönen Momente, die er den Fans und seinen Kollegen geschenkt hat. Sein Vermächtnis wird in den Herzen all derer weiterleben, die ihn gekannt und bewundert haben. Autor Anita Farke, Freitag, 30. August 2024